Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Derby County Karriere. Und ja Leute, wie gesagt, neue Saison, STG, Asian Elite Cup, 12,3 Millionen Euro, den nehmen wir, hoffentlich gewinnen wir den auch mal. Und es gibt eine kleine Neuerung, oder zwei Neuerungen, wir haben zwei neue Spieler geholt, jetzt habe ich gerade offscreen gemacht, ohne euch es zu zeigen. Und zwar, wenn wir das gleich sehen, da sind zwei Innenverteidiger, beide sind glaube ich günstiger gewesen, weil der Vertrag ausgelaufen wäre. Rüdiger und Benjamin White, White für 46 Millionen, dann Rüdiger, 28,7 Millionen ungefähr, dafür haben wir jetzt die beiden Spieler, das ist doch sehr, sehr gut. Und Leute, was ist nur passiert, das ist Wahnsinn. Wer zu uns gekommen ist, Kieler, Mbappé, 190 Millionen, ich sage nur noch die Spieler, den Preis idea, De Ligt, Davies, Laporte ist gegangen, Guerreiro gegangen, Smith Rowe gegangen, Militao gekommen, Adarabiojo, San Maxima, Issen gegangen, Madison gekommen, der dann wieder gegangen ist, dann ist Kevin De Bruyne gekommen, Lengley gegangen, Leimer gekommen, Martial gekommen, Van Dijk gekommen, Tagle Fico gegangen, Sibley gegangen, Renum Hota gegangen. Und das war's Leute, und ich würde sagen, wir sehen uns erstmal zum Winter wieder. Und dann sind wir im Januar, wir sind gegen Everton verloren, ich glaube mir nicht, dass wir weit oben sind, denn wir haben viele Unschieden, einige Spiele verloren, haben auch viele Siege. In der Premier League sind wir auf Platz 1 trotzdem. Im FA Cup sind wir dann noch weiter, ja, Spiel gegen Swansea City in der Runde 3, Carabao Cup Halbfinale. Gegen Manchester City, Champions League, sollten wir weitergekommen sein, war eine Easy-Gruppe, auch als Erster. Leverkusen spielte dann derweil gegen City, haben wir mit Atletico Madrid, naja, ein relativ besseres Los. Weiß man nicht, wie man das nennen soll. Wir werden jetzt hier im Winter auch nichts mehr machen, heißt, wir werden direkt zum Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid simulieren. Dann sind wir beim Spiel gegen Atletico Madrid, und es muss natürlich ausgerechnet Mbappé ausfallen, Donnarum an der 94, können wir das hier schaffen, spielen 2 zu 2. Jetzt kommt das Rückspiel gegen Atletico Madrid, Mbappé, und jetzt auch noch Arnold, nicht dabei, ich glaube, wir kommen nicht weiter. Wir fliegen mit 4 zu 3, dann am Ende wieder raus. Wir sind entlasten worden. Wir sind entlasten worden. Willst du mich verarschen? Wir machen es aber in Norwich. Aber Leute, jetzt war es, würde ich sagen, von dieser Karriere dann. Wir haben es nicht geschafft, mit der WK und den Champions-League-Titel zu holen. Ist echt schade, aber was sollen wir dann am Ende machen? Und wir sind natürlich sogar noch Erster, ne? Also es wette ich, dass wir Erster sind. Wir gehen mal ganz kurz hoch und schauen mal, Debbie County auf Platz 1. FA Cup sind wir leider nicht weitergekommen. Carabao Cup haben wir natürlich gewonnen. Champions League waren wir dann auch nicht weit. Wo ist dann Dings rausgeflogen? Atletico Madrid gegen Paris. Obwohl wir Donnarumma und Dings von ihnen gekauft haben. Ja, hier sind wir jetzt bei Norwich. Kann uns egal sein, da würde ich sagen, was ist das für diese Karriere, Leute? Wenn euch die Karriere gefallen hat, könnt ihr ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr anpasst. Das war's für mich, Jungs. Haut rein. Bis dann. Und tschüss.